Ich nehm mal Cover 3, Alter. Seht ihr? Der kommt mit irgendeiner Schweinerei jetzt um der Ecke, Alter. Der will mich verwirren. Over... Overpriced Sky, Alter. Ich glaub, Over war... Over hast du gesagt, war weiter hinten. Oh, ich hoffe, das ist jetzt richtig. Aber 101 von Cornerback gegen White Receiver gefällt mir gar nicht. One-Hand-Catch! Was ist denn für eine Maschine? One-Hander! Macht da ganz einfach das Ding. Habt ihr den gesehen? Habt ihr den g... Na, habt ihr nicht, oder? Ihr habt nicht zugeguckt, oder? Ihr habt alle gerade geschlafen, ey. Was war das denn für ein geiler Catch? Den musst du ja erstmal aufs Brett packen. Hey, when you play younger quarterbacks, what's it like? Und he says is...